Jahrzehntelange Berufserfahrung sowie unkonventionelle Produktlösungen kennzeichnen die Firma HMF Fertigungstechnik aus Ibiswald. Ob Drehen, Fräsen, Schleifen oder Erodieren, bei HMF erwartet sie ISO-geprüfte Qualitätsarbeit. Sämtliche Materialien, ob Kunst oder Verbundstoff, werden hier täglich verarbeitet, um hochpräzise Serien und Einzelteile zu fertigen. Insbesondere durch den Einsatz der hochmodernen CNC-CAM-Zerspan-Technik ist man anderen dabei stets einen Schritt voraus. Sowohl Konstruktion als auch Fertigung und Montage betreffend übernimmt das 16-köpfige Mitarbeiter-Team jegliche Aufgaben. Effizienz in der Ausführung genauso wie Termintreue und Kundenservice gehören im Übrigen zum Standard. Überzeugen auch Sie sich vom südweststeirischen Spezialisten für Maschinenbau und Zerspannungstechnik. Informationen von der Komponentenfertigung bis hin zu Lohnmessarbeiten finden Sie auf der Homepage unter www.hmf.at